Guten Tag liebe Freunde von Schoner Auto Brokers in Fort Lauderdale, Florida. Eine wunderschöne Farbe. Ja, das passt sehr gut. Das ist eine sehr zeitgemäße Farbe, wenn die Aussagen dazu kommt. Hier für einen unserer längsten deutschen Händlerkunden über neun Jahre arbeiten wir nun zusammen. Ein 1986er Porsche 911 Targa. Die Targas sind ja mittlerweile in dem Bereich die beliebtesten Fahrzeuge. Es gab Coupé Targa Cabrio von 1984 bis 1989 wurden die 3,2er gebaut. 1986 ist das letzte Jahr ohne dem G50 Getriebe. Schön auf schwarzen Fuchsfelgen. Das Fahrzeug wurde von uns erfolgreich unabhängig vorinspiziert im fernen, sonnigen und trockenen Kalifornien. Schauen wir uns kurz mal den Motor an. Das Fahrzeug ist unfallfrei, hat einen Clean Carfax und hier ist der 3,2 Liter Sechszylinder mit meines Wissens 217 PS, der mit einer anderen Kompression gearbeitet haben damals. Im Vergleich zum Deutschen. Ja, erfolgt für inspeziert. Trunkfallfrei, sehr original, abgesehen vom Radio, wobei das Fahrzeug separat mit dem Radio kommt. Was mir immer sehr gut gefällt an diesen Targas ist dieses Riesenglas hinten raus. Also das Fahrzeug ist innen schon sehr hell mit aufgesetzten Dach. Ohne ist es wirklich nah am Cabrio dran eigentlich. Und dieser Targa Bügel wurde ja dann 2014 für den 991 wiedergeboren. Und auch deshalb erfreuen sich diese Fahrzeuge auch der SC 79 bis 83 großer Beliebtheit. Weiterer Vorteil, diese Fahrzeuge sind sehr zuverlässig. Ist natürlich auch einfach. Einfache Technologie im Vergleich zu heute. Also blau außen, blau innen, Windsticker ist da, Aftermarket Soundsystem, Komfortsätze, Ruchtigplatz hinten für Zwerge. Schauen wir kurz rein. Ja, da haben wir dann eine Lauflastung von 112.000 Meilen. Also rund 170.000 Kilometer. Der hat eine Klimaautomatik. Hier einen iPod fähig. Das weiß ja auch schon keiner mehr, was das ist. Soundsystem von Pioneer. Ja, alles da, was man so braucht. Ein bisschen Liebe brauchen die alle, denke ich. Das wissen wir. Aber es ist nicht so schwer. Also schön auch von der Präsentation her noch. Das Fahrzeug kommt mit dem bestempelten Serviceheft, Handbücher, den alten Kennzeichen, das Blaupunkt Monterey, Kassettenradio. Hier sind noch Servicebelege und auch eine Kopie des Clean Carfax. Also da ist alles da. Der Lack schaut schön aus. Silvania Scheinwerfer. Ja, so ein Fahrzeug macht wirklich viel Spaß und ist, je nachdem wie man es betrachtet oder aus welchem Blickwinkel, immer noch erschwinglich. Wir, das Team von Schoner Autobruckhaus, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit Ihrem 1986er Porsche 911 Targa in Iris Blau und Blau Innen. Wir werden uns hier schon bei unserem Speditionspartner befinden. Wir bewegen das Fahrzeug nur zur Verladerrampe. Und dort wird es dann im 40-Muss-Container verpackt und geht auf seiner Reise von Miami nach Bremerhaven von dort zum Umrüster. Interessant ist natürlich noch die Verzollung, da die Fahrzeug ein Oldtimer ist. Die zahlt einem Privatkauf vereint sich allein 7% ein pro Umsatzsteuer auf Kauf- und Containerpreis. Keine weiteren Kosten nötig. Umrüstung ist eigentlich auch überschaubar. Vielen Dank!